Ho 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 ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Me Lovely Schmuck Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich versuche das jetzt relativ schnell hochzuladen, damit ich die Verlosung auch relativ schnell auslosen kann, weil mir der Bauch hier bald schlüpfen will. Und das ist ein Adventskalender, den ich tatsächlich komplett verlosen werde. Denn die liebe Sina von Me Lovely hat sich überlegt, ja, also ich schicke Claudi zwei Adventskalender. Einmal den aus Edelstahl, 18 Karat vergoldet, der im Laden, im Laden ist gut, im Online-Laden 95,90 Euro kostet. Und ich schicke ihr einen Adventskalender, den sie dann halt selber in der Adventskalenderzeit, in der Adventszeit auspacken kann. Und zwar die rosé-goldene Variante. Die ist aber tatsächlich aus Sterling-Silber und da ist dann rosé-gold drumherum. Und der kostet 189,90 Euro. Das ist schon krass. Aber ja, den rosé-goldenen, den bewahre ich mir dann wirklich für die Weihnachtszeit auf. Mal gucken, ob ich euch dann auch auf Instagram einfach mal mitnehme beim täglichen Unboxing der Adventskalender, die mittlerweile hier sind. Also das ist ja mittlerweile schon der dritte Adventskalender, den ich auspacke. Ursprünglich habe ich ja immer gesagt, dass ich als Adventskalender die Windeln meines Sohnes haben werde. Läuft, ne? Auf jeden Fall ist das hier die Gold-Variante und ich bin sehr gespannt, was wir hier drin finden werden. Ja, was wollte ich noch sagen? Santa Cloudy 22 gibt euch 10% Rabatt. Das ist auch wichtig zu wissen. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns mal den Adventskalender vor und schauen hinein. Oh, guck mal. Und wir haben hier auch immer ein Scan-Micht drauf, wo du dann wahrscheinlich auch weitere Informationen noch zu dem Schmuckstück finden könntest. Das müssen wir mal schauen. Und in der Nummer 1 habe ich ein hochwertiger Edelstahl für langes Tragevergnügen. Genau, das ist ja das Material an sich. Genau, das war letztes Jahr auch, dass wir halt genau drauf stehen hatten, wie man das reinigt, wie man es trägt, was man vermeiden sollte, wenn man den Schmuck halt trägt. Und wir haben direkt bei der Nummer 1 eine Kette drin und sowas finde ich ja echt super. Das ist eine doppellagige Kette. Das ist schön, ne? Direkt so eine schöne Basic-Kette am Anfang. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mag ich gerne leiden. Aber Leute, das ist ein Adventskalender, der ja komplett verlost wird. Hätte ich gerade fast vergessen. Am 2. Dezember erwarten uns zwei Rehe. Teilnahmebedingungen für die Verlosung, habe ich glaube ich gesagt, ne? Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung von diesem Adventskalender teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Da sind auch immer super informative Sachen verlinkt. So, in der Nummer 2 habe ich jetzt ein Armbändchen drin enthalten. Das ist so ein Schlangenarmband, nennt sich das, glaube ich. Da hätte ich persönlich, ja, meine Haare verfangen sich in sowas immer sehr frech. Da bin ich ehrlich, ne? Das ist immer ein bisschen crazy. Und, ähm, ja, da muss ich immer aufpassen. Weil ich mir meine Arme, ich habe sie mal rasiert, epiliert, es schlagt mich tot, ne? Irgendwann habe ich gesagt, ganz ehrlich. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Äh, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Wir haben in diesem Adventskalender 450 Euro Warenwert. Und in dem, ähm, wow, Sterling Silber Adventskalender haben wir 900 Euro Warenwert. Das ist echt krass. Und hier sind so Ohrringe drin, die ich wirklich irgendwie speziell finde. Weil sowas habe ich noch nicht. Das sind so Mini-Kreolen. Und da sind so Plättchen dran. Und an diesen Plättchen befinden sich Herzen. Das ist sehr speziell, ne? Also ich hätte jetzt eher so gedacht, dass wir, äh, bei dem Me Lovely Adventskalender eher so filigran Schmuck erwarten. Das hier ist, ähm, nicht mehr ganz so filigran. Aber ich finde es sehr schön. Hier ist übrigens die Nummer 4. Oh, guck mal, wir haben hier schon wieder eine Kette drin. Ähm, das ist schön. Ich packe die aber mal aus, dass wir auch so ein bisschen die Länge sehen können, ne? Ja, doch. Das ist eine relativ kurze Kette. Ähm, und ich habe schon wieder vergessen, wie diese Glieder heißen. Das hat einen Namen. Heißt das... Ne, nicht Ringkette. Wie hieß das denn nochmal? Kugelkette? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, jo, haben wir hier eine Kette. Finde ich auch persönlich sehr, sehr schön. Und das wäre auch eine Kette, die man super auch lehren kann und so, ne? Wenn man den Schmuck von Me Lovely übrigens auch, äh, freundlich behandelt und die, äh, Hinweise hinten drauf beachtet. Also ich persönlich trage meine Ketten und so. Und mein Schmuck eigentlich sowieso nie zum Baden oder, keine Ahnung, Schwimmen, Duschen oder so, ne? Ähm, dann ist es wirklich auch langlebig. Also das ist nichts, was dir dann so nach einem Monat wieder aus Versehen vom Hals fällt, ne? Der Tag vor Nikolaus, der 5. Dezember. Übrigens steht auch auf der Homepage genau, ähm, welche Arten von Schmuck sich hier drin befinden. Also wie viele Ketten, wie viele Armbänder, wie viele Anhänger und so weiter. Ähm, was ich persönlich gut finde, ne? Weil das ist fair, das ist transparent. Klar, die Adventskalender werden auch hier auf YouTube natürlich noch gezeigt. Sowohl von mir als auch von zum Beispiel Schikitas Place. Die hat zum Beispiel auch die Variante gezeigt, Sterling Silber versilbert oder vergoldet, das weiß ich gar nicht. Da unterscheiden sich nämlich so ein ganz paar Kläppchen ein bisschen. Ich möchte mich aber nicht allzu sehr spoilern lassen und den wirklich für mich selber dann behalten. Ich glaube, das, das versteht ihr soweit. Ähm, aber schaut sonst gerne bei ihr nochmal vorbei. Die stellt beide Adventskalender vor. Hier habe ich, wie gesagt, den Anhänger. Und das ist halt so ein Perlenanhänger, der sehr schlicht ist. Und den man dann an beide der Ketten machen könnte, die wir ja schon drin hatten. Also finde ich ganz cool, ne? Weil du kannst ja sowohl so eine Kette mit Anhänger als auch ohne Anhänger tragen. Jo. Wow, keine Zwischenebenen, schade Schokolade. Jetzt habe ich hier nämlich Nikolaus, die Nummer 6. Oh ja, und das ist total schön. Das Einzige, was ich schade finde, man kann keine Größe aussuchen. Aber Sina ist ein total liebevoller Mensch und deswegen hat sie auch passend zu Nikolaus in die Nummer 6 Söckchen reingemacht. Und guckt euch diese Söckchen an, wie wunderschön sie sind. Ähm, ich meine, dass wir das letztes Jahr auch drin hatten. Und ich habe schon Größe 41, mehr haben sie gepasst. Ähm, hier steht auch keine Größe drauf. Ich glaube, das ist halt wirklich so One Size, relativ One Size, ne? Also, dass es halt irgendwie dann auch vielen passen könnte. Ähm, ich ziehe die jetzt nicht an. Weil die natürlich dann ja an euch weitergegeben werden, ne? Ich kann ja mal in die Nummer 6 reinschälen in meinem Adventskalender und schaue mal, ob die passen. Ach, guck mal, ich habe sogar ein bisschen eine andere Farbgebung. Ich habe hier oben Türkis und Hacke und Spitze sind Lachsfarben. So, und jetzt kommt mein Lieblingsmove, Leute. Trotz Mr. Bauchy. Ich hoffe, ich kriege es noch hin. Es passt. Definitiv ziemlich cool. Und ich habe hier ja Socken schon drunter, ne? Läuft. Die Nummer 7. Übrigens hat die liebe Sina, ähm, den Milovly Shop ein bisschen umgestellt, sodass du die Schmuckstücke auch nicht einzeln nachkaufen kannst, sondern dass du, ähm, eine Box theoretisch dir kaufen kannst dort. Also eine Überraschungsbox, was ich auch persönlich ganz cool finde. Und falls du Interesse daran hättest, dass ich die mal vielleicht auch euch vorstelle, schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ähm, ich fände es auf jeden Fall super interessant, wenn ich das mal für euch so als potenzielles Weihnachtsgeschenk oder so mal abchecken könnte, ne? So, äh, hier habe ich jetzt in der 7 einen größenverstellbaren Ring. Ich meine, dass dieser Ring, den ich hier ja schon das ganze Jahr übertrage, aus dem letzten Milovly Adventskalender kommt, oder? Ich meine schon. Und, äh, ja. Hier hätte ich jetzt einen alternativen. Ähm, beziehungsweise in meinem ist er dann ja in Roségold. Das ist dann jetzt nochmal dann eine etwas andere Schmuckfarbe, was jetzt für mich nicht schlimm ist. Also ich trage ja Gold, Silber, Roségold, alles bunt durcheinander. Und da habe ich ja überhaupt keine Last mit. Ähm, ich finde diesen Ring wirklich schön, weil du hast da auch so einen schönen, ähm, Stein mit dran und so, ne? Also das sieht sehr, sehr hübsch aus. Und ich finde es einfach großartig, dass da ein, äh, größenverstellbarer Ring drin ist. Aus verschiedensten Gründen darf die 8 auch jetzt machen, dass es kracht. Oh, schön. Hier haben wir die Kette passend zu den Ohrringen drin, die wir ja schon eben enthalten hatten. Und das finde ich toll. Das finde ich richtig toll. Dann hast du nämlich so richtig Schmuckset-mäßig das Ganze. Auch hier von der Länge der Kette würde ich jetzt sagen, ist die so halblang, ne? Also mach mal halblang hier, genau. Und, äh, die Kette an sich mag ich auch gerne leiden, weil das ist so eine typische schöne filigrane Kettenform, die ich gerne verwende, wo sich keine Haare bei mir drum herum tüddeln und so, ne? Ja, auch in der Nummer 9 dürfen wir uns sicherlich über ein weiteres Schmuckstück freuen. Und das sind Ohrringe, beziehungsweise Ohrstecker, die passend zu dem Ring sind, den wir eben schon hatten. Und auch hierzu würde dann der Anhänger passen. Was ich hier tatsächlich schon direkt sehe, ist, dass wir hier hinten auch einen schönen langen Stab dran haben. Das heißt, für meine Ohrläppchen, und ich habe, ich sage es immer wieder, ich habe recht voluminöse Ohrläppchen, ne? Ist das echt super, weil manchmal haben wir so Ohrringe oder Ohrstecker oder Kreolen dabei, wo ich einfach verzweifle, weil das bei mir nicht funktioniert. Die werden passen. Mal gucken, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird, weil die halt sehr, die ist ja sehr prall gefüllt, ne? Also da muss ich mal gucken. Ah, schön, ja. Und zwar, das finde ich auch schön, so ein kleines Schmucketui haben wir hier drin enthalten. Sowas wäre für mich tatsächlich perfekt für die Kliniktasche zum Beispiel, ne? Wenn man da so ein bisschen was mitnehmen möchte, das ist jetzt in schwarz. Da sehen wir so eine Mond und Sterne. Und da kannst du dann halt wirklich für die Reise so ein bisschen was hineinpacken. Da hast du hier auch noch so ein, ne? So ein, so ein, so eine Tasche in der Tasche, so halt. Und das finde ich gut. Das mag ich gerne leiden und sowas hat man doch super gern. Da haben wir ganz Kalender halt auch mal so als weiteres Produkt, als alternatives Produkt zu dem generellen Schmuck mit drin, oder? Die Nummer 11, die erste Schnapszahl. Ein Anhänger, oh wie schön. Oh, wie schön. Also der hat was Kitschiges, tatsächlich. Aber auch was Wunderschönes, weil ich liebe ja dieses Grün. Guckt euch das mal an. Und das kannst du dir dann natürlich auch individuell an deine Kette ran machen. Oh, wie ich das feiern würde, wenn wir hierzu dann auch noch weitere Teile aus dieser Reihe hätten. Dass man dieses Grün auch wiederfindet, das mag ich gerne leiden. Das ist halt ein bisschen extravaganter mal, ne? Aber ich finde es irgendwie schön. Ich weiß nicht, was das für ein Stein ist. Ich glaube, das ist ein Glasstein. Bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Finde ich gut. Halbzeit, die Nummer 12. Oh, oh, ein Armband, oh. Okay, ähm, schön. Da hätte ich nur bedenken, dass wieder hier das Thema mit meinen Armhaaren, das ist kein leckeres Thema, ich weiß, ne? Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich das jetzt so thematisieren musste. Schaut einmal so aus und hat auch so Perlchen dran. Das heißt, es passt auch wiederum zu den Ferrenprodukten, die wir hier bislang im Adventskalender hatten. Auch das nehme ich mal raus, dass ich mal gucken kann, ob das... Ja, es ist auch leicht flexibel, man sollte es wahrscheinlich nicht überstrapazieren. Ich kann es mir auch mal umtun. Ich habe ja keine dünnen Ärmchen, das habe ich auch schon öfters gesagt, ne? Nein, ich nehme mir jetzt kein Maßband und werde nicht meine Arme abmessen. Aber selbst für mich, und ich habe ohne Witz jetzt, ne? Ich habe dickere Arme als mein Freund, was jetzt nicht schlimm ist, aber ist halt mein Knochenbau. Ähm, selbst bei mir passt es ohne zu spannen. Also bei mir passt es tatsächlich perfekt, rutscht nicht, ne? Wenn man jetzt dünnere Arme wie ich hätte, und das haben wahrscheinlich so 95%, ähm, würde es einfach lockerer sitzen. Die Nummer 13. Wir sind in der zweiten Hälfte des Adventskalenders. Ui, das ist ein Ring, der ist schwierig. Also der passt ja zu dem Armkettchen, was wir eben drin hatten. Aber der ist natürlich jetzt nicht, äh, größenverstellbar, ne? Da hast du jetzt eine gewisse Größe vorgegeben. Huch, da muss man schauen, ob er passt. Also ich weiß gar nicht, was hatte ich denn letztens ausgemessen, was ich für eine Ringgröße habe? Groß, Leute, sehr groß. Ich habe wirklich keine filigranen Finger. Ähm, da wird das tatsächlich passen, okay. Boah, war das 60 oder so? Ich habe wirklich keine, wie gesagt, filigranen Finger. Ähm, und bei mir passt es halt optimal auf den Ringfinger, ne? Wenn, sofern man das leiden mag. So. Es fühlt sich angenehm an. Das ist jetzt nicht unbequem. Ich hätte jetzt nämlich eigentlich gedacht, dadurch, dass wir halt so diese, ähm, Vierecke haben, diese Quader, dass es ein bisschen unangenehm sein könnte. Ist es aber nicht. Zehn Tage vor Heiligabend habe ich hier die Nummer 14 am Start. Hier haben wir wieder so kleine, ähm, äh, Kriolen drin. Klipp-Kriolen. Das sind diese beiden. Und ja, das sind einfach so klassische, filigrane, relativ unauffällige Basic-Kriolen, die wahrscheinlich Menschen mit Ohrringen generell feiern werden, weil die schön aussehen und, äh, ja, praktisch, ne? Ich habe die dann sehr wahrscheinlich auch in Roségold. Cool. Die Nummer 15. Also ganz schön viele Ketten, aber ich meine, das hatten wir letztes Jahr auch und das fand ich echt bemerkenswert, weil du normalerweise bei diesen Schmuck-Adventskalendern nur super wenige Ketten drin hast. Und das hier wird eine sehr, sehr lange sein. Ähm, ja, die lasse ich aber jetzt mal eingepackt, oder? Ja, komm. Wobei, dann werde ich faul genannt. Ich will nicht faul sein. Ich bin ein sehr fleißiger Mensch. Okay, also die ist wirklich sehr, sehr lang. Perfekt zum Layering. Wow. Guck dir das mal an, wie lang die ist. Und die ist halt halb-halb, ne? Also auf der einen Seite hast du diese ganz groben, eckigen Glieder. Und auf der anderen Seite hast du dieses verdrehte Unbox Butterfly Nicole, ne? Die kann diese Ketten komplett immer benennen. Und die sagt dir auch, was das für eine Kettenform ist. Die lacht sich wahrscheinlich immer kaputt, wenn ich versuche, mir eine abzukrebsen. Ähm, aber ich finde die wirklich schön. Also die mag ich gerne leiden. Und wir hatten ja bislang auch relativ viele von diesen recht, ähm, ja, kurzen oder halblangen Ketten drin, ne? Und, äh, dann ist es halt eine ganz coole Geschichte, wenn du halt auch ab und an eine längere Kette hast, damit du die halt kombiniert auch verwenden kannst. Ich finde das echt nice. Nice. Die Nummer 16. Ach ja, hier haben wir einen Anhänger drin. Und den kannst du sicherlich dann auch bei der Kette, äh, anbringen, die wir jetzt gerade hatten. Der sieht witzig aus, oder? Der sieht echt witzig aus. So ein bisschen verdreht, ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, ein bisschen gröber. Wenn man halt einfach das Ganze etwas aufpeppen möchte, auf ein anderes Level bringen möchte. Ich finde das schön. Also sowas ist auch mal eine ganz schöne Geschichte, ne? Gerade wenn du halt so eine große, lange Kette hast, dann machst du da vielleicht unten diesen Anhänger dran. Und dann weiter oben eine etwas filigranere Kette. Doch. So. Eine Woche vor Heiligabend. Haben wir jetzt hier den 17. Dezember. Und da scheinen auch wieder Ohrringe. Wow. Wow. Ohrringe drin zu sein, Leute. Ohrhänger. Krasses Pferd. Boah, finde ich die, also wirklich, die mag ich gerne leiden. Die passen jetzt natürlich auch voller Ende zu dem Anhänger und zu der langen, nicht ganz so, ne, dezenten Kette. Dann hast du halt auch noch so fette Ohrhänger. Geil. Also das ist nicht jedermanns Sache. Ich mag sowas gerne im Sommer. Die fühlen sich halt sehr leicht an, was ich persönlich gut finde. Weil wenn ich schwere, also wenn ich große Ohrhänger habe, die auch noch schwer sind, dann ist es bei meinen opulenten Ohren und Ohrläppchen leider kontraproduktiv. Weil die dann ja noch weiter runtergezogen werden und dann noch größer aussehen. Mag ich nicht. Die sind aber sehr leicht. Ich hoffe, dass die qualitativ auch echt was drauf haben. Das muss ich wirklich testen, weil die machen jetzt auf den ersten Eindruck nicht den stabilsten, ne. Also wenn ich dann irgendwo mal hängen bleibe oder so. Und das hier oben ist auch noch nicht ganz zu. Da muss man dann wirklich schauen. Das muss ich wirklich langfristig mal testen. Aber gerne leiden mache ich die definitiv. Also das ist schon voll mein Style, ne. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Ich muss übrigens ehrlich sagen, mir gefällt, dass der Adventskalender jetzt ein bisschen mutiger geworden ist. Der macht sich von Jahr zu Jahr, wirklich, ne. Okay, jetzt habe ich hier wieder einen Anhänger drin. Der ist zwar schön, aber ich bin auch ehrlich, ein bisschen, ein bisschen viele Anhänger. Wahrscheinlich stand es auch auf der Homepage, ne, wie viele Anhänger enthalten sind. Aber da bin ich jetzt ehrlich, ja, hm, 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 doch einer weniger hätte es vielleicht auch getan. Aber der ist schön, ne. Also das ist ja gar keine Frage. Ähm, jo. Ne, das ist so ein runder, der so ein bisschen aussieht wie das Logo von Ofra irgendwie oder wie das Pressing von Ofra Highlightern. Ähm, den kannst du auch wirklich super universell tragen, denke ich mal, weil der auch an und für sich ja relativ schlicht ist und recht klein und zurückhaltend. Hübsch ist er definitiv. Oha, die Größe der Nummer 19 lässt darauf vermuten, lässt darauf schließen, dass wir hier jetzt keinen klassischen Schmuck drin haben. Ne, okay, ach süß. Das ist so ein, äh, weiß ich nicht, hier kannst du, also, Moment, ist das ein Party Portemonnaie? Ja. Also kannst du so zum Party machen mitnehmen, dann machst du hier deinen Hausschlüssel dran. Und hier machst du so ein bisschen Kleingeld rein und dann hast du ein Party Portemonnaie. Süß, auf jeden Fall, ne, mag ich auch ganz gerne. Ähm, ich habe jetzt dadurch, dass ich wirklich viele Beauty Boxen auch im Abo habe, beziehungsweise zugeschickt bekomme, von diesen Party Portemonnaies und so, von diesen kleinen, äh, süßen Täschchen, relativ viele. So, dass ich persönlich da halt nicht so super viel mit anfangen kann, aber das ist nicht schlimm. Also ich weiß, dass sowas total cool ist, ähm, dass auch wenn ich meinen Freundinnen sowas geben würde, die würden sich darüber freuen, ne, das ist halt schön. Ich finde es ganz knuffig. Doch, knuffig trifft es tatsächlich. Ähm, und praktisch ist es allemal. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Da bin ich jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Oh, schön, ja, hier haben wir auch wieder einen Ring drin enthalten, der wieder größenverstellbar ist. Und der ist so gedreht. Und, das sieht echt schön aus, so eine Art Zopfmuster ist das, ne? Ich finde das klasse. Also diese wirklich größenverstellbaren Ringe, die mag ich richtig gerne leiden. Hier safe habe ich den letztes Jahr aus dem Me Lovely Adventskalender, ne, genommen. Richtig cool, ja. Ähm, und wie ihr seht, den trage ich jeden Tag, ne? Der hält und hält, der ist jetzt kein... Nö, der hat kein Material gelassen. Ey, ohne Witz, ne? Nach einem Jahr Tragezeit kommen wir zur Review des Ringes von dem Me Lovely Adventskalender 2021. Wie Sie sehen können, sehen Sie, dass dort keinerlei Abrieb der Farbe des Materials oder oder stattgefunden hat. Dementsprechend können wir hierzu sagen, dass die Schmuckqualität durchaus empfehlenswert ist. Denn auch dieser Ring hat es überlebt, ständig, dass Hände desinfiziert und gewaschen worden sind. Ähm, 1A. Wirklich 1A. Ha! Ach, krass, Kram hier eingebaut. So geht das hier. Ja, das war die Werbeklau, die Stimme. Manchmal kann ich das. Ich habe damals im Zeltlager, einmal im Ferienlager, wenn wir so... Ach, wie hieß denn damals diese Sendung mit, ähm, mit Kai Pflaume? War das nur die Liebe zählt? Nein. Du hast da so eine Wand gehabt und hat die Frau den drei Männern oder der Mann den drei Frauen Fragen gestellt und die mussten das beantworten. Und am Ende hat das irgendwie so eine komische, hoch-erotische Stimme zusammengefasst, so. Und ich war damals im Zeltlager, die Stimme. Hm, die 21. Ja, auch hier ist ein bisschen Bildungs-YouTube gefragt, ne? Da bekommt ihr natürlich auch ein paar Infos. Me Lovely Surprise. Genau, so heißt die Box nämlich. Me Lovely Surprise. Ich hatte eben den Namen vergessen. Und hier haben wir ein Brillenputztuch drin oder Schmuckputztuch. Für mich als Brillenträger normalerweise, also das, was ich jetzt so im Display sehe, sehe ich relativ unscharf, ne? Ähm, ist das sinnvoll? Also ich habe überall meine Brillenputztücher. Ich brauche die ständig. Und ein Schmuckputztuch ist auch ein schönes Füllprodukt, ne? In einem Adventskalender. Und das darf auch tatsächlich mit drin sein, finde ich. Ist vollkommen in Ordnung. Die Spannung steigt. Der 22. Dezember ist nun hier am Start. Und selbstverständlich haben wir hier eine Kette. Hatten wir ganz am Anfang, ne? So ein Schlangenarmband. Ähm, XOXO. Da muss ich an Gossip Girl denken. Herzlichen Glückwunsch. Lieb ich. Ähm, genau. Das ist eine Kette. Da werden sich meine Haare so hart drin verfangen. Und das ist auch eine recht kurze Kette, ne? Das sieht man auch hier. Also, äh, ja. Das ist halt immer so die Präferenz der Kettenform, ne? Gibt halt auch... Also ich finde die optisch wunderschön. Aber, äh, ich kann sowas nicht... Ich muss... Aus meinem Adventskalender werde ich die dann wahrscheinlich ausprobieren und tragen und schauen und so, ne? Oder halt nur verwenden, wenn ich halt ein Bommel oben habe. Ist schon hübsch. Und XOXO ist natürlich auch für mich Jugend. Ich bin gespannt, was uns am Tag vor Heiligabend erwartet. Ein Anhänger. Ja, okay. Ähm, das ist so eine Art Regenbogen mit so einem Perlmutt-Effekt noch mit dabei. Also, ne? Das mag ich jetzt vom Design nicht so ultimativ gerne. Wäre jetzt nicht so unbedingt mein Cup of Tea. Ähm, ja. Aber ist halt mit dabei. Ist okay. Die haut mich jetzt aber leider nicht vom Hocker. Oh lala. Die Nummer 24 ist jetzt da. Und das ist jetzt Heiligabend, ne? Du musst es draufhaben. Ich vermisse immer noch zu diesem grünen Anhänger passende weitere Schmuckstücke. Das wäre ganz cool gewesen, wenn da mehr von drin gewesen wäre. Haben wir aber nicht. Hier haben wir aber richtig schöne Ohrringe drin. Beziehungsweise Ohrklipser sind das ja dann, ne? Ähm, ja. Das ist hübsch. Definitiv. Also, zu diesen hatten wir auch schon jetzt, ähm, diverse Schmuckstücke, die auch dazu passen. Deswegen ist es auch eine ganz schöne Geschichte, dass wir die jetzt in der 24 drin haben. Hier haben wir jetzt einmal den kompletten Me Lovely Adventskalender wieder komplett befüllt, weil das Schätzelein wird ja an einen von euch verlost. Ich finde, dass sich das definitiv lohnt. Also, wir haben hier schönen Schmuck drin enthalten. Wir haben eine gute Qualität. Was ich halt auch sehr, sehr schön finde, ist, dass wir einen guten Mix aus filigranem Schmuck und etwas gröberem Schmuck mit dabei haben. Ähm, was ich noch ein bisschen cooler gefunden hätte, wäre, dass wir dann das ein oder andere Schmuckset so richtig komplett auch drin gehabt hätten. Ich meine, Perlmutt haben wir hier einiges drin. Das finde ich auch sehr gut. Das ist so dieses, ähm, Grundthema von dem Adventskalender. Und ich finde ihn auch wirklich liebevoll gestaltet. Wir haben tolle Produkte drin. Und ich glaube, dass da auch wirklich viele sich drüber freuen werden, wenn sie den zur Adventszeit auspacken. Vielen, vielen Dank auch nochmal an die sehr verrückte Sina, die sich einfach überlegt hat, ja, ähm, Claudi darf einfach einen für sich auspacken und einen darf sie komplett verlosen. Ich finde es einfach hammermäßig und, ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und, ja, genau, dann würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz teuer gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!